Studierst du immer noch? Nee, ich mach jetzt meinen Doktor. Kann man den Lustgewinn einer Mehrheit auf Kosten einer Minderheit durchsetzen? Das ist ja keine Minderheit, sondern eine Frau. Ist das jetzt heutzutage wirklich nur eine Frage der Geschlechter? Wenn ich immer gewartet hätte, bis man mir etwas anbietet, wär ich jetzt noch in Guckhausen. Und Ihre Eltern? Sind die auch aus dem Metier? So, dann kommt mal, ihr Süßen. Seid ihr durchgekommen? Nee, ich bin lieb. Nee, komm, Mama, lass ich mal... Mama, ich mach das schon. Sag mal drei Sachen, die du dir wünschst, bevor du 70 bist. Clara, jetzt hör mal auf zu fragen. Ich würde noch mal fertig werden, ja? Nimm mal bitte so einen Kasten Lübzer. Was ist die Steigerung von Rinderwahnsinn? Frauenpower. Prost. Das war doch eine gezielte Provokation. Das habe ich ja lange nie gehört. Viel Heimat. Jetzt rächt mich so auf, dass hier einfach nur geredet und gelabert wird und einfach nie kommuniziert. Ich mag das nicht, wenn du so tust, als hätten wir uns gestern erst gesehen. Warum sagst du, dass du mich liebst, wenn im nächsten Moment sowieso alles anders ist? Sie waren eine furchtbare Dozentin. Sie waren sehr verletzend und nicht nur zu mir. Du wirst immer härter kritisiert werden, dich öfter rechtfertigen müssen und doppelt so viel arbeiten. So, rechnet das bei euch? Ja, ich weiß nicht. Gleich vielleicht kommt was. Blumen holyland zwischen den Karten genau? Ich weiß es. Untertitelung des ZDF, 2020